Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DDT. Wir sind jetzt mal vollzählig, also hart sind wir auch. Wir sind zehn Leute auf der Slender V3 Fixed Map mit drei Traitern eingestellt, einem hohen Ping, wie ich merke, einem D-Tinger. Das ist meine Negev. Unziemlich gestörten Leuten. Hallo Leute, wir brauchen Likes und Abbonen, weil das amt uns nicht, dass Hartz IV regeln will. Oh, das wird immer schlimmer hier. Ist voll geil, Alter. Richtige Wichser. Haben Sie mal einen Like, bitte. Eno, 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 Eno. Edy, Edy, Edy. Alter, der Salat ist richtig geil, aber die Folgen sind irgendwie richtig ranzig. Who is who? Aber wir haben alle keinen Namen mehr. Ach du Scheiße. Ich bin bei Fadi. Ich bin bei Edy. Ich bin bei Henni. Ich glaube, das ist Ty. Da wird uns nichts passieren. Alter, das ist krank. Wer ist hier gerade am Start? Oh Mann, Alter, das ist doch mal wieder was Gutes. Das ist richtig gut für die Tee. Vor allen Dingen, das ist richtig schlimm, wenn das Licht ausgeht. Oh fuck. Wer ist denn jetzt hier am Start? Tschüss mit Mannesli. Ich habe die, äh, die Gali gerade hier, wer umschießt. Ich schieße jetzt einfach auf den Boden. Alter, hier gehe ich weg. Okay. Das ist mir zu viel. Also Rex. Ja, ich... Licht aus. Alter, dein Ernst. Oh, Alter, 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 Alter. Also, ich bin hier, der hier. Um Höchstländerdingen. Ich bin am Start mit der Auge. Wer hat die Auge? Ich bin da. Marc. Die haben 16. Wer hat die Galil? Ich habe eine Nege auf. Wer hat die Galil? Ich habe eine Nege. Wer hat hier die Galil von uns dreien? Ich. Wer ist ich? Ruko. Danke. Mit ich kann ich bei 10 Leuten nichts anfangen. Natürlich nicht. Das ist die V3? Ja. Die V7. M16, das ist rechts. Rex? Ja. Gut. Dann bleibt das gar nicht so lange dunkel, ne? Doch, das ist die V3 fix. Das bleibt, glaube ich, durchgehend dunkel. Alter, das ist so kacke. Weißt du, und dann siehst du noch nicht mal den Namen. Das ist nur dein Licht, wie dein Lichtlangwander. Das wird richtig schwimmen. Ich verstecke mich irgendwo in der Ecke und fahre dir hier und warte ab. Oh, Rex. Rex, was macht denn hier dein Zwillingsbruder? Durch die Wand gehen. Das ist Rex' alter Ego. Ich bin allein. Jesus kann durch Wasser laufen. Äh, Jesus kann über Wasser laufen. Ich kann durch die Decke gehen. Ich bin auch ganz alleine. Ich bin ein Regal. Ein Moment eben. Ich stehe hier in der Ecke. Ich kann nicht das nichts machen. Ich hab keinen Bock hier, die ganze Zeit rumzustehen. Wollen wir weggehen? Ich muss Jeff'n. Aufhören. Lass mal ficken gehen. Wo bist du? Da, wo du nicht... Willst du mich verarschen? Aber auf mich geschlossen. Ah, ich bin da giften. Ich bin da giften. Wer ist das hier vor mir? Wer ist das hier vor mir? Ich schieße jetzt schon wieder. Liga voll. Ja, ich bin da. Warum hast du dir auch noch auf mich geschnitten? Hab ich nicht. Ah, der ist vergiftet. Der verarscht, der gerade springt. Das ist der Dieter. Okay, da ist jemand vergiftet. Marc ist vergiftet. Es kann keiner von uns gewesen sein. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war nicht da. Ich bin ganz warm aus. Hini ist es. Welche Waffe hat Hini? Hier, komm her. Komm her. Der ist unsichtbar. Der, 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 der. Wer bist du? Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Wer ist hier? Ich habe Angst. Wer bist du? Ich fick dich. Ich fick dich. Ah, das ist der Klyph. Klyph ist jetzt. Alter, was ist denn hier bitte los? Er mag es vergiftet. Ich werde sterben. Hier ist jemand gestorben. Marc ist tot. Ich habe den D-Tür gefunden. Alter, wird es gar nicht mehr hell? Oh, Alter. Nein, das ist die V3-Fix. Mal. Und ihr vergesst, wir haben drei T's. Ich habe einen Deadwinger. Und wir haben erst einen Kont... Jetzt haben wir noch zwei. War wie du bist das, oder? Nein, ich hätte... Als vergiftet wurde, war ich nicht anwesend. Was? Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber er schießt auf mich und ich schießt zurück und habe ihn getötet. Wer war es denn? Scheiße. Ich war es. Wer ist ich? Ganja, Mann. Wenn mir keine Namen angezeigt werden, kann ich mit ich nichts anfangen. Ja, sorry. Genauso wie Matze. Ich? Barbie, kannst du den Multiplayer für T's eben kurz ein bisschen höher schrauben? Wir haben nur zwei. Was? Wir haben nur zwei T's. Was? Ich habe auch mal drei eingestellt. Wir haben zwei. Wir haben nur zwei? Okay, wo man... Ja. Warum ist er denn jetzt wieder auf zwei gesprungen? Warte mal, wir sind nur neun? Ja. Wer fehlt denn? Wer fehlt denn? Du bist mir ein bisschen in Action beispielsweise. Ja, aber der zählt als in-game. Ja, aber trotzdem sind das halt nur... Warte mal, warte mal. Na, ich gleich mal im Arp... Oh! Malle fehlt oder nicht? Ja, genau. Ich habe... Ich habe mehrere Accounts und jetzt in einem Account bin, muss ich verschiedene Dateien holen und kaufen. Ey, Rex, spielen wir eigentlich... Willst du wieder Terraria mitspielen? Da piss ich, Alter. Okay. Fick dich. Wir haben die Health-Kristalle für dich. Ich habe Hunger. Sag mal, Rex, wenige Kackwaffer warst du da eigentlich in der Hand? Äh, die wieschelte Map ist das jetzt grad? Oh, Alter! Random Team Deathmatch, die T-S, was ist die Date? Lol. Lol. OK. You have this T-D has this... OK. Ja, also alles, was ... ... ke... ...keinen Namen hat... No! 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 ja ich habe ja gut idee nach das ist eine gute idee wohin ja einfach hier verschanzen ja ja und ich suche gerade meine leiche weil ich meine ganzen sachen nicht mehr habe ich habe sie gefunden da vor uns ist eine rote richtig dramatisch ich höre den dubstep gun auch schön Ja, er verreckt von Mirror of Fate. Wer denn? Ich dachte, er mich getötet hat. Warum müssen wir nur Dave fliegen, dieser Scheiße? Was war das denn? Unter mich! Ich bin nur zuerst mit diesem scheiß Medikip, Alter, oder? Besonders die Overtime sind über sieben Minuten. Alter, ich finde keinen. Scheiße! Hast du das Messer da? Okay, danke. Alter! 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 Jetzt sind wir noch alleine, oder was? Ja! Nur du! Wir müssen auch mal ein bisschen reden, Leute. Du kannst einfach stehen bleiben, dann finde ich sie schon. Ich dachte, wir sind tot. Ja. Ihr und ich. Ganja und ich so ein bisschen reden. Äh, nein. Ganja. Ganja. Dann mutiere ich mich einfach mal mit dem TS und laber selber mal ein bisschen, weil die kleinen Pfosten hier ja es nicht hinkriegen zu labern. Du brauchst nicht weiter weglaufen. Ich stehe. Ist das langweilig. Ausgezeichnet. Bist du eigentlich mit dem Prinzip von Brieftauben bekannt? Ja, die sind nicht schön. Ja. Warum hat eigentlich von denen keiner noch da? Das ist echt anstrengend manchmal, ne? Meinst du? Ich werde vielleicht, glaube ich, nach der Runde mal eine kleine Pause machen. Weil mir geht der Grün aus Grün auch nicht. Okay. Scheiße. Sehr schön. Richard! Ich charte dir einen direkt an, oder was? So, habe ich jetzt auf... Jetzt habe ich auf drei T's müsste ich jetzt haben. Wir müssen auf jeden Fall nach der Runde müssen wir gleich einmal eine Pause machen. Ey. Dave, du bist auch so ein Ego-Schwein, ne? Nimmst du aus Rukoto zumindest die Punkte, die in meiner Leiche drin waren, und dann revivest du mich nicht. Stimmt. Das war auch so schlecht. Weißt du, in Heni noch neun Credits und du hättest alle T's wiederbeleben können. Ja. Warte mal, kann man den Defi so oft kaufen? Weiß ich gar nicht. Aber man... Das vielleicht nicht, aber man hätte unter anderem, ne? So miteinander... Wieso? Du kannst einen wiederbeleben? Ja, und der kann dann den nächsten. Genau. Und der kann den nächsten wieder. Man kann... Man kann... Oh Gott! Oh Gott, Alter! Das hört nicht auf. Oh, ernsthaft. Ja, oh Mann. Immer leiden wir alle. Also den Randomart bin ich im Übrigen langsam dafür, dass wir den nicht jede Runde immer holen. Man hör doch auf zu schießen, Junge! Nein, nein, jetzt komm, Alter! Heni! Heni! Hallo, Zyv. Du bist in der Diegel! Eddie ist es! Äh, wo? Süß, warum ist Rex tot? Irgendjemand... Ist da jetzt gestorben? Irgendjemand sagt, der Eddie sei es. Eddie, warum ist Ganja tot? Stimmt gar nicht. Leif, wo bist du? Weil ich ihn erschossen hab. Ach stimmt, warte! Stimmt! Ich werde da loslegen! Egal! Hallo! Warum ist Ganja tot? Weil ich ihn erschossen hab! Typ, warum ist der nicht tot? Weil ich ihn erschossen hab! Hallo, Neo! Hallo, Dave! Wow! Matze! Dave! Matze, Dave! Plankton! Plankton? Spongebob! Spongebob! Warte, es gibt drei C's, ne? Ja. Es ist doch kein C tot. Und... Offiziell haben sich... haben sich Eddie und, ähm... Fabi schon geoutet. Nö, ich hab Heni einfach nur getötet, weil er die ganze Zeit mit einem Negev auf mich losgegangen ist. Äh, Huge. Und... Ich schieß dann zurück. Deswegen hat Rex ja... Deswegen hat Rex ja auch gefragt, ob ich noch lebe. Ja, was ist er? Steht. Gut. Damit sind's Koraz und... Von rechts Koraz! Boah, Fabi, Alter. Weil wir jetzt zu dritt rumgerannt sind, war das... Und wir haben ja nicht aufeinander geschossen und die anderen haben die ganze Zeit... Habi, leg dich nicht mit Türken! Wir hängen in der Gruppe ab! Oh, da liegt ein Bumerang! Äh, ich hab ein Bumerang. Ja, nimm den nicht. Ich hab ihn jetzt schon in mein Inventar. Hey! Hey! Oh Gott! Gesundheit! Äh... Ich war in der Schwule in dieser... Ne... Schuh. Okay, also suchen wir jetzt nur noch das letzte Opfer. Äh... Ja, okay, an sich müsst ihr das letzte Opfer uns suchen. Ja, eigentlich schon. Er legt da... Er legt da voll Schüppeln, wisst ihr das? Nimm einen! Nimm ihn hart und dreckig. Wir gucken auch nicht hin. Ich nehm... Ich nehm ihn mit. Okay. Ist auch gut. Eddy, wovor steckst du dich denn? Sag ich nicht. Aber ich hab keine Lust drauf. Sag es jetzt, bitte. Nee. Sag es jetzt. Nein. Wir sind der Club der Boys in Dahoud, ja. Wir sind die Türken. Ja, eben. Du musst uns sagen, wo du bist, damit wir dich schlagen können. Bisch in Dahoud. Mach's mal was, meine Mutter. Lahn? Wallah, Janik, schwöre. Wallah, WLAN. Hab das jetzt bald. Öh, keine Ahnung. Wir wissen ja nicht. Wir wissen ja nicht. Wir wissen ja nicht. Werden hab ich gerade nicht gesehen. Ich bin jetzt unterwegs, ne? Ich bleib bei Dave. Ja. Dann sind wir stark. Marc. Mats hat uns ja dummerweise verlassen. Ja. Ich höre. Ja, hab ich gerade auch gehört. Das war sehr nah. War eine, äh, Brandgranate. Wo bist du, Marc? Hm? Ach du, da bist du. Ja. Hab ich gerade ein bisschen verloren. David. Oh Gott, ich hab Hühner. Oh, ein Hühnchen. Eddie, auf mit Hühnern zu spielen. Ich hab ihn. Der ist bei mir. Wo ist er denn? Ah! Oh Gott, der Hühn. Oh Gott, der Hühn. Oh Gott, der Hühn. Hört auf. Essen. Schlimmer als bei Zelda. Die Radgruppe ist kann er zielfressen. Ich will nicht sagen, etwas essen, was die Hühner hinterlassen ist. Das finde ich jetzt persönlich echt beschissen. Ah, der ist jetzt zwei Stück von ihm. Ah, ich war Hühner. Alter. Ach, wie geil. Nicht dein Herz, oder? Hm. 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 Und? Hühner, typi. Deine Hühner gehen mir auf den Sack. Echt? Ja, ein bisschen. Ein stalkt mich gerade. Was? Sind meine ganzen Freunde jetzt tot? Naja. Na super. Wolltest du nicht mit meinen Hühnern spielen? Ach, was? Ich wusste gar nicht, dass die Dinger explodieren. Ich will nicht mehr mit deinen Hühnern spielen. Ich habe die Schnauze voll von deinen Hühnern. Na? Ach, Dave. Hilfe. Ah. Deine Hühner belästigen mich sexuell. Geh weg von mir. Das ist mein Kabinett der Hühner. Mit deinen sexuellen Belästigungshühnern. Ach, was? Ach, was? Ah, Hilfe. Feindlich. Ach, wie geil ist das denn? Ach, wie geil ist das denn? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Aber die legen Eier. Ach, was? Und dann kannst du immer und immer mehr machen. Und ich habe die ganze Hühner gespawnt. Meine. Ich verpulge jetzt Recks mit meinem Leiter. Das scheiß Horror-Kabinett der Hühner, ey. Ja, das war wirklich Horror-Kabinett der Hühner. Es war überall dunkel. Ich habe eine Melodyne irgendwo noch mit dazwischen geschmissen. Das war eigentlich schon echt gut. Das wäre eigentlich voll geil, wenn das enden gewesen wäre. Und jedes Mal... Hast du Brot? Oh, mach mich mal zum Tee. Ach, zum Tee, sag ich mal. Ja, ich bin Tee. Mach mich mal zum Tee. Ja, ich bin Tee. Mach mich mal zum Tee. Das geht aber immer an die Berechtigung, nicht zu erschießen. Mach mich mal zum Tee. Ich will das nicht sagen, von wegen ich bin Tee, das ist... Wie hat das denn gerade gesagt? Du musst ins Kaufmenü und da kaufst du ein Tee-Ball. Ah, da. Mein Scheiß spielt schon gerne. Und den wirfst du auch auf mich. Du bist süß. Gleich geht wahrscheinlich das Licht aus. Wahrscheinlich. Ja, wie in jeder Runde hier. Bist du jetzt äh... Ja, ja, ich werde jetzt. Ich werde jetzt. Ich will auch. 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 Hallo Eddie. Hallo Rex. Hallo Eddie. Boah, das ist schon wieder... Oh, das ist dunkel geworden. Ja, wer ist... Ah! Wer hat die DT erschossen? Wer hat das jetzt gemacht? Nein, ich war's nicht. Doch, Hindi. Du hast drauf geschossen. Das haben wir gesehen. Oh nein, Alter. Es ist ein Hühner. Ganja ist es. Boah, Alter, Alter. Ey, vorsichtig, Mann. Der hat... Der hat gerade ein Hühnchen gespawnt. Oh. Wen habe ich jetzt von euch beiden getroffen? Ah, mich. Gut. Findest du theoretisch auch... Ah, warte mal. Ich werfe jetzt mal meine Waffen weg. Damit ihr halt sicher sein könnt. So. Ja, gut. Dann bin ich jeder Einz. Yes. Yes. So, warte mal. Du bist... Alter. What the fuck. Ich bin immer erschrocken. Dave, tippe nicht so laut. Oh, Satan aus Abraxas. Oh Gott, hier sind Hühner. Oh. Meine Fresse. Oh, bestell ich mir asiatisch. Licht aus. Oh. Oh. Jetzt bin ich nicht mehr so alleine. Oh. Ah. Rex, ich hab ihn... Scheiße, ich hab keine Waffe! Oh. Was? Nein! Du kleine Fartze. Shit, 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 shit. Let's do it. Oh Gott. Okay, da war ich jetzt aber ganz schön ziemlich... Brainfucked. Ziemlich verwirrt, Alter. Auf einmal... Kann das zeigen. Guck mal hier alles. Ich auch nicht. Was ist hier los? Dann benutzt die fucking Taschellampe. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Meine Güte. Hä? Kann ich das essen? Hä? Aufglitcht. Aufglitcht. Das ist Aufglitcht. Ah, Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das... Ich versteck mich überhaupt nicht. Wieso sollte ich mich verstecken, du Trottel? Ich such gerade nur was, aber irgendwie gibt's das nicht. Das ist ein 20er. Das sieht doch ganz gut aus. Oldes Fickschnitzel. Auf jeden, Alter. So richtig heftig in den Arsch. Was passiert eigentlich, wenn ich selber die Chicken Eggs lege? Chicken Eggs? Die sind dann auch gegen dich, oder? Die sind dann gegen dich, ja. Schade. Boah, Digga, was, Alter? Ey, was? Ey, was? Ey, was los? Was ist die Satt denn hier? Was dachtest du? Bibi. Oh, wir haben übrigens zweimal die Silence... Ach, ne, ist was anderes. Wo bist du denn jetzt? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Boah, jetzt belebt er auch noch hin, wie der das gibt es nicht. Boah, endlich. Oh, danke. Auf jeden. Och, nein. Kannst du mir ein paar Credits überweisen? Ich hab keine. Ihr Arschlöcher. Ach Gott, wo ist denn die eine Leiche? In einer von den ganzen Leichen muss kein Credits von mir drin sein, dann mach's. Ne, die müsste ich nämlich alle rausgenommen haben. Ich hab meinen eigenen Tod konfirmt. Ja. Alles klar. Da müsste welche drin gewesen sein. Da ist er, da ist er, da ist er. Ach, kackendrecksarsch. Das hat mega lange gedauert, bis ich den Defibrillator gefunden habe. Oh, das ist toll. Aber schöne Runde gewesen, schöne Runde. Hätte ich jetzt so oder so nichts machen können. Ja, Ganja, du hättest... Hm? Ich hab mich voll erschrocken, als da auf einmal alles explodiert ist. Ganja, du hättest einfach nicht mit reinschießen brauchen. Nee, die haben nicht. Das war schon mein Plan, dass ich irgendjemand mit in die Luft jage. Ja. Ich hab nicht mal... Du hast mich nicht mal gekillt, das war Dave, der explodiert. Ja, und ich will keine Ex haben. Ja, die hab ich auch schnell weggeworfen. Oh, Dreck. Linksklick kannst du, äh, umstellen welcher Tod den bekommt. Und ein Linksklick kannst du die Zeit umstellen. Das heißt, du kannst auch einstellen, dass er nach 60 Sekunden explodiert. Okay. Dino. Dino. Pater. Spanis. Oh nein, ich mag die Karte, glaub ich nicht. Uh. Ich schau auf meinen Dungeon. Hallo, Tief. Tief, Tief, mach mich zum Data, Tief. Oh, Mann. It's so dark in you. Tief. Habe ich an einem Mühlschirm, ey. Ganja. Oh, ja. 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 Was ist mit Ganja? Du hast mich auf mich geschossen, Mann. Der komische Asiate hängt ne Leiche auf. Will auch Dete. Das sind alle. Ja, ich hab Angst. Neo. Tief. Mach mich Dete, mach mich Dete! Mach mich Dete? Was ist das für ein Deutsch? Do it to me. Was ist denn? Hallo. Was ist denn Dete? Was ist denn Dete? Nein, Rekt. Kein Ehrenhaftes. Achtung! Auf den Dete wird geschossen. Von Korax. Oder? Ja, ja. Jetzt hab ich mir auch mal kurz noch mal Essen bestellt. Dann krieg ich... Dete machst du mich auf zum Dete? Ganz schneller machen. Dann weiter doch durch. Äh... Scheiße. Er hat mit der Silence Waffe auf mich geschossen. Ganja. Du müsstest Credits haben, oder? Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier genau. Junge, Ganja ist das, Mann. Der hat mich mehrmals angeschossen. Ja, Ganja ist das. Ja, Ganja ist das. Ja, Ganja. Ganja hat mich vergiftet. Ganja ist tot. War schön mit euch. Ich glaub das wird eine schöne Runde. Im Club der Dete. Und du überweist deine Credits an, äh... Eddy. Ganja ist wieder. Ganja ist wieder. Nice. Schade. Ja, aber Tyk müsste doch noch Credits haben. Ganja ist wieder Glück worden. Hast du? Sehr geil. Hast du nichts mehr? Leute, Leute vorsichtig Friendship, ne? Ja schon. Ganja ist der Letzte. Ja, Ganja lebt wieder. Aber es ist T. Schade. Ja, hier geht's einfach Ganja suchen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, Ganja... Warte, 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 warte. Das ist natürlich kacke, ne? Ich hab ihn nie gefunden. Ja, hi. Ja, Ganja... Ne? Ganja hat keine Waffe, alter. Ja. Ah, das ist scheiße. Ah, das war richtig räudig. Keine Waffe, du. Keine Waffe. Hast du nicht geworfen? Geil zum nächsten Mal. Die Woche die Runde hat gefallen. Nicht Terminal. Nicht möglich. Rooftabs. Bis zum nächsten Mal, Leute. Boah, Rooftops sind zu viel. Leute, bis zum nächsten Mal reingehauen. Nein, wir müssen... ... ... ... ... ...